Musik Transibility ist einfach eine super Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und die Vorteile sind einfach der Hammer. Transibility bedeutet für mich, wirtschaftliches Handeln mit sozialer Verantwortung zu verbinden. Musik Ich habe zum ersten Mal mitgemacht bei Sensibility und ich war wirklich super positiv überrascht. Musik Es war aktiv einfach und nicht normal wie an der Uni, man fickt nur Frontalunterricht. Musik Für mich ist Sensibility die perfekte Kombination eigentlich aus Information und Inspiration. Einerseits bekommst du wirklich Input von treuen Unternehmern, die interessante Projekte gemacht haben, aber gerade die Fähigkeit dieser Unternehmer, dich für die Sache zu begeistern, das ist das, was ich hier einfach besonders finde. Musik Es ist natürlich wichtig auch für die Zukunft, dass man den Fokus nicht nur auf Profilmaximierung legt, sondern auch auf andere Dinge achtet, wie zum Beispiel soziale Themen. Und gerade auf dem Kongress war das super inspirierend, weil man mit anderen Leuten darüber reden konnte und auch Ideen eben bekommen hat, wie man eventuell selbst einen Beitrag dazu leisten kann, der Gesellschaft etwas zu geben. Also ich finde es wahnsinnig, wie viele interessante Menschen hier sind, so viele interessante Persönlichkeiten, die man kennenlernt, an sich mit Leuten behalten, über Ideen, Feedback bekommen und einfach soziale Ressourcen angesprochen haben. Musik Musik Sobald wir wussten, worum es geht, wussten wir von Beginn an, wir müssen dabei sein, wir müssen unseren Beitrag zur Sensibility leisten. Musik 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 Musik